Erste Ecke in der sechsten Minute, kurz ausgeführt, Hoffmann klärt und da ist nur Tapalovic, nur Tapalovic! Tor des Monats, 100 Prozent! Boah, was ein Gerät! Was ein Ding! Ich sag's ja, ein neuer Mann, pikanterweise mit Löwenvergangenheit. Tapalovic, gut zwei Jahre steckte der mal im 60-Trikot. Hier in Jena haben sie ihn als Last-Minute-Schnäppchen noch bekommen. Volltreffer! So schön kann Zweitliga-Fußball sein. Ein absoluter Glückstreffer. Eigentlich nicht zu verhindern. So ein Blick auf die Bank. Ziegner steht als Erster auf. Ball scheint geklärt. Und dann dieses Ding. Und jetzt alle Mann aus dem Häuschen. Ziegner, der Allererste. Was für ein Hammer! Und die lachen sich kaputt. Unglaublich! Schütteln den Kopf. Fassen es nicht. Geht denn das hier weiter mit der Erfolgsgeschichte? Und jetzt, Achtung! Da oben auf der Anzeigetafel. Da, guckt mal hin! Guckt mal hin! Und alle genießen sie nochmal. Diesen Tapalovic. Boah, ey! Hört man das Stadion raunen. Der gelingt ihm nur einmal im ganzen Leben.